Willkommen! Wieder was ganz Besonderes habe ich für Sie und zwar das Modell Willi Schillig 24440, ein Schwestermodell aus der Serie Tom & Jerry mit Meersitztiefe und einem Superleder drauf und mit einer Rasterverstellung im Kopfbereich. Sie können also alle Teile hochstellen und natürlich auch in der Zurück. Vor allem eins ist aber sehr markant an dieser Gruppe, Sie haben hier einen wesentlich softeren Sitzkomfort wie früher bei Willi Schillig, denn hier haben Sie einen Aufbau mit Kahlschaum und Nossack-Unterfederung und oben viel Diolen drauf, sodass das Ganze sehr soft ist. Dann haben Sie ein besonderes Leder Z69, ein Leder mit einer Melierung, Longlife-Schutz drauf, also Sie haben immer diesen Zwei-Farben-Effekt und das wirkt sehr spannend. Diese Garnitur in so einem dunklen Grünton, Moosgrün, passt sehr sehr schön zu Holz. Also wenn Sie einen Holzboden haben oder eine Holzwohnwand, ideal. Ja, Bequemlichkeit ist da, Liegekomfort, einmal hier liegen, zweimal hier liegen, genug Platz für zwei, Hochlink-Komfort. Tolles Leder, kompakte Maße, Sie haben hier links 2,2 m, also das Daybed hier und rechts 3,1 m, Platz für die ganze Familie, eine schöne Garnitur, vielleicht für Sie, auf jeden Fall ein Schnäppchen. Ich würde mich freuen, wenn Sie der Schnäppchenjäger sind. Dankeschön und tschüss.